Hallo Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Von Tane haben wir letztes Mal betreten und eine Audienz gehabt mit Linette und Linlei. Und auch den auch da hinten angetroffen. Und wie ihr seht habe ich auch Linette schon freigeschaltet. Nämlich hat man hier bei, was ist es? Irgendeinem Dings, nein nicht hier, nein, 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 nein. Okay es ist nicht mehr hier, aber hier habt ihr einen Tab, wo man kann drauf drücken und dann bekommt man auf Linette geschenkt, was sehr lieb ist. Und ja, wir haben damit Zugriff direkt auf einen Forster von Tane, was sehr lieb ist. Bei Bukolai hat man sie auch natürlich einfach bekommen, da musste man noch bis Ebene 4 Raum 3 spielen im Abyss und dann hat man sie bekommen. Aber hier bekommt man einfach Linette geschenkt. Und entschuldigt. Und ja. Äh, wir müssen die Saubertauschen, äh, austeilen, äh, von Linie. Da eine Wasserkrise wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird. Und, äh, da man, äh, gut sagt, auch verstaunt kann. Und eben, äh, gut umziehen kann, wenn es dann zu solch einer Krise kommt. Aber ich würde, äh, sagen, wir sprich mit dir, Etienne, und teilen das aus. So. So. So, you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Ah, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. No. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf, when you get the chance. Können wir gerne machen. So, ihr seht, dass die Qualität bis hinuntergegangen ist, weil die Lecks extrem sind, äh, schon beim, äh, nicht aufnehmen. Deswegen hab's die die Sicherheitshalte bis runtergestellt. Also ich leide die Qualität ein bisschen, aber wenigstens lecks ist nicht so krass. So. Algo. So, you also believe in the prophecy. Ha, keep it, I won't have any use for it. Oh, what? You mean, you don't believe in the prophecy? No, no, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. Und die Werbe? The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. Okay. Hmm. Hmm. Oh, we hadn't heard that one before. But, people can't live underwater, they'll die! You should probably still take it. Okay, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Hmm. Hmm. I don't want that thing. The way I see it, if the prophecy is true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Ah, who knows. The life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Hmm? Oh, alright. Fine. Thanks. It's just the... If I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Yeah, okay. It's very understandable. But it looks like it's not possible that you need it, or who knows? Maybe someone of your family can give it to you if they need it. So, uh, speak with Lene. Where is she then? Ah, here. Oh, I haven't seen her. Hello, Doppelgänger. Oh? You already handed out all of the magic pockets? Hmm. That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, uh, interesting opinions. Viele sind ziemlich störisch. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Okay. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like, and we'll help! Okay. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Okay, the 8th blue, also. Da hinten. Uh. Entschuldigt. Sie hat doch einen coolen Ehn, nämlich dass hier, in ein bisschen wie Elon. Wahrscheinlich hat das auch irgendeinen Effekt. Okay. Hier sind die Blumen. Okay. Also ein bisschen wie die, äh, Zuckerblumen aus, äh, Dings. Ah, warte, du bist ja an Emo, Upsi. Komplett daneben. Ah, stimmt, das ist etwas Neues, das ich super finde, dass sie so, äh, Hintergründe machen. Aber so was, so dieser blaue eintrittige Hintergrund. Aber jetzt haben sie so Spezielles gemacht. Und dann haben sie noch die speziellen Island-Animations. Ist so cool. Wo sie nehmen, wir nehmen dann noch ein paar mit. So viel wie nun, äh, nur möglich. Du auch. Denn ich brauche Ascension Materials. Angesichts, dass ich keine habe, natürlich von Fontaine. Was ja auch Sinn ergibt. So, äh, machen wir den Skarumusch. Und wiii. Jipp. Hallo. Da sind wir wieder. Wir haben die eingesammelt. Okay. 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 Oh, okay. 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 Oh, okay. Oh, ich bin so gespannt. Oh, okay. Wir gehen in die Porte of Fontaine bevor wir ins Publikum gehen? Gut. Palma möchte eine Tour in der größten Stadt und schwimmen! Oh, okay. Und, ja? Äh, ähm, Palma war noch nicht fertig, oder? Blitzsch! Hast du die Person da gesehen? Die junge Frau? Was ist mit ihr? Ich habe nichts mit ihr gesehen. Sie ist sicherlich ein Fieber. Magister und Fieber haben ähnliche Methoden. Wir betrachten die Tension und eine distrackte Zuschauer ist eine, die nicht herausfinden wird, was du wirklich machst. Schau ihre Bewegungen vorsichtig. Hm. Oh, er ist richtig! Schhh, schau deine Hände an. Wir müssen uns über einen Weg finden, um sie zu holen. Aber es scheint, dass sie sehr alert ist. Vielleicht sollten wir uns überraschen. Ihr beiden könnt ihr überraschen und überraschen. Ich wüsste, dass das sein wird, wenn sie versuchen, zu rennen. Alles klar. Okay, los geht's. Okay, kein Problem. Ich wollte sowieso den Lift benutzen, weil ich wollte hoch, um zu schauen, wie das aussieht einfach. Endlich können wir hoch. So. Wie cool sieht der Hund denn aus. Arbeitshund des Hafens. Wie cool. Heißt der wirklich Baguette? Der heißt Baguette. Wie geil. Der heißt einfach verdammt normal Baguette. Okay, den Aufzug. Na, zur oberen Ebene nach Fontaine, bitte. Da können wir nämlich einmal, einerseits die Stadt der Sieben aktiviert und wir können einen geilen Ausblick auf Fontaine bekommen. Und nicht nur von unten hoch aufschauen auf die Wasserfälle. Ich bin mal sehr gespannt, was uns erwartet. Die Erde ist leider nicht lange in so einem Team geblieben, aber wenn Wasser so gebraucht wird für schon Blumen, dann wird es wahrscheinlich noch Worn das natürlich Nutzen haben. Und dann bleibe ich lieber mit Barbara im Team. Ist hier so mein Standard-Team auch so. So, ich nehme an, dass... Ah, ich kann aber noch den Teleporter aktivieren. Okay, jetzt bin ich gespannt. Boah, der sieht super aus. Offen steht dir diese Welt. Wird Edelmut dein Herz erhält. So, da hätten wir das erste Gebiet. Wir haben hier den ersten Tempel. Also... Ja. Das Ende der Sünde. Okay. Äh... Dann kommen wir durch. Da ist der erste Bus, von dem ich schon gehört habe. Und wahrscheinlich irgendwo hier oder so ist wahrscheinlich noch mehr dann. Also... Irgendwo auch hier ist da noch der zweite Bus, der existiert. Und da sind ein paar Teleporter. Okay. So, Traveler. Hä? Ist das... Die Statue der 7 Grad plötzlich heller strahlt? Seltsam. Ist das vorher schon nochmal passiert? Es ist doch normal, dass die Statue der 7 strahlt. Kara, fühlt sich etwas komisch? Igittes Wasser, sprich zu mir. Ja, es kann auch noch sprechen. Wenn du noch zum Scherz auflegst, bist du ja alles gut. Jedenfalls ist die Luft hier wirklich einfach spiel geworden. Nachdem das Licht aufgewickelt ist, verschickt sie an der... Ne, okay. Hey, Paul hat gehört, dass man von denen unbeschwert tauchen kann, wenn man die Elementarkraft gut beherrscht. Weiß kann man so... Das beiden Schätzen ist meine Aufgabe. Ja, Paul hat sich strengt alles im Krieg frei. Allein im Wasser, das ist doch recht einsam. Aber ist so unheimlich auf dem Wasser. Man könnte aus Versehen von der Strömmer fassen und durcheinander gewirbelt werden, ohne davonfliegen zu können. Genau wie damals, Paul hat sich Moscha traf. Dann lang ich dich wieder raus. Wirklich, da kann Paul hat auch mit dir ins Wasser gehen. Aber du musst dein Versprechen auch halten. Kein Problem, Paul. So. Eine wunderbare Kraft, die dir von der Statue ausgeht und dir den Segen des Transozeanischen Urwassers verleiht. Damit kannst du ungehindert durch die Gewässer der Seen und Fontänen reisen. Aber von Fontänen. Ich hab schon gedacht, dass es nur Fontänen natürlich gibt. Unter dem Schutz des Transozeanischen Unterwassers verbraust du bei der Bewegung unter Wasser keine Ausdauer, sondern Wasserausdauer. Wenn du das Wasser aus da ausgeht, wirst du das nicht ertrinken und mächtig werden. Okay. Ich würd sagen, angesichts, dass wir jetzt den Hydro-Traveler dann haben, nehmen wir sie auch ins Team. Okay, wir müssen das anscheinend aber auch auskürzen. Habe ich Dings? Ich hab keine Artefakte für sie. Dann machen wir das ganz schnell. Wir schmeißen dafür das, was ich jetzt habe, direkt in die Gegend. Aber ich hab nix. Okay, dann wirst du einfach der Placeholder sein fürs Element. Fertig. Statue der Sieben. So, Einklang mit der Hydro-Kraft bitte. Jetzt sehen wir auch diese Animation. Oh, das sieht wirklich super schön aus. Die Statue sieht super schön aus. So, Land der schönen Quellen. Okay, und wegen dem blauen Design sieht es natürlich eigentlich extrem passend aus zu unseren Klamotten und alles. Das sieht sehr neus aus. Ich würd mal sagen, dann gehen wir hier hin. Hier ist nix. Okay. Irgendwo hier müssen wir abwarten. Ah, doch. Okay. Ich hoffe nur schauen, was es hier so gibt. Irgendwo hier ist auch Dings... Ah, hier ist der Hydro-Kolus. Hallo. Vor der Aufschau, wo der ist, weil der war anscheinend relativ nah deswegen. So, dann schauen wir mal. Ja. Okay, da ist sie. Oh, guck. Ist das sie? Ja. Nein. Halten wir sie auf. Oh, nein. Hat sie das notiert? Sie hat angefangen in die andere Richtung. Oh, nein. Was müssen wir tun? Können wir sie holen? Äh. Unsere Aufgabe ist ihr, äh, es ist ihr, 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 ihr hier den Weg zu versperren. Das könnte wahr sein. Die Zeit vergeht, aber ihr seht die Diebin nicht wieder. Okay. Nothing happened for a while now. I'm a wonder if Lenny got the thief. Hm. Gehen wir zu Lenny. Ja, let's go. Sollen wir uns nicht lieber da rumschauen? Es geht sie weg schon an uns vorbei. Oder hat sie, äh, wirklich sogar gefangen? Ah, er redet mit dem, äh, Beklauten. Bist du sicher, das ist alles, was sie nahe? Du solltest checken und sicher, dass du nichts mehr missbrauchst. N-n-n-ne. Das war alles. Oh, ich kann dir genug bedanken. Ich hatte nicht ein Ding früher. Anyway. Ich sollte jetzt gehen. Danke wieder. Okay, sie haben sie alles hinbekommen. Oh, warst du mit dem Thief, der sie sie stole? Scheint so. Das ist richtig. Piddy, ich konnte sie nicht catchen. Sie hat mich über die Dinge, die sie auf dem Boden verbringte. Nachdem ich zurückblickt, sie war bereits weg. Ich sah die generelle Richtung, wo sie ging. Aber Lenny hat seine Ankle verbringte. Und ich musste sicher, dass er okay war. Oh, das ist ja. Hörst du dich, Lenny? Ich werde dir alles gut. Es ist nur eine Ankle verbringte. Das ist alles. In fact, es fühlt sich bereits besser. Wenn du willst, als du zu zackst. Ich habe mich nicht zu tun, wenn du es schütztest. Ich habe mich nicht zu tun, wenn du es schütztest. Ich habe mich nicht zu tun, wenn du uns schütztest. Du hast recht, du hast recht. Sorry, Lenny. Ich muss mich sagen, dass der Thief noch mehr schützt war, als ich erwähnt habe. Aber zumindest haben wir die Stolen Sachen zurückgebracht, also war es nicht komplett ein Verlust. Ja. Was ein schütziger kleiner Thief! Ich glaube, dass alles gut gemacht hat. Was ist die Initiative PETA? Ja. Alles klar. Lasst uns diesen kleinen Detour hinter uns legen. Wir müssen jetzt zur Korte von Fontaine gehen. Oh ja. Da stehe ich dir absolut zu. So, draufgespannt. Fahr mit dem Aquabus zum Hof in Fontaine. Gerne. So, das muss man nicht zweimal sagen. So, Ladisqueen oder was auch immer? So. Jaum. Pilemonet. Oh, ne Volldrehung. Oh, ne Volldrehung. Oh ja, das hört wirklich so sein. Das heißt, das ist diegernisse. Das ist diegernisse. Das ist diegernisse. Ja. Da ist auch was. Das ist diegernisse. Auch wenn ich mit dir bin. Oh nein, das ist nicht was ich meine. Es ist nur, dass... Uh... Du hast wirklich nicht so viel gesprochen. Außerdem, es fühlt sich nicht wirklich wie eine reale Reise, wenn es nur die zwei von uns ist. Es ist das gleiche als zu sein. Hehehe. Hehehe. Whatever. Hm, okay, noch so gut gerettet, glaub ich. Guess that's what it's like to be an older Brother. Hehehe. It's about time for us to leave. Let's get on board. Okay, machen wir. Oh, die Divin vielleicht? Nein. Ah, Charlotte! Oh, die hat man in einem Event gesehen vor, äh, Fontaine. Is that Charlotte? Nein. Oder? Doch, das wisst ihr doch noch was. What? Charlotte! Paimon! Charlotte! Hallo, Charlotte! Oh, I'd never guessed I'd bump into you all riding the Aquabus and the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite a coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Hm. Uh, though, we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Linnet anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Huh, now that everyone knows each other, Fontaine's Satterley doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. But, when there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. Okay. I can still manage to keep readers' attention, as long as you tell things from a clever enough angle. Even if it's the same old topics. I guess, yeah. For example, reporting on how a Scammer once deceived vulnerable girls into relationships. Or how a financial criminal was once so poor, that they ate a single piece of bread for five days. Oh, you're right. It seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remember. I've been following a case lately. Well, a series of cases actually. Oh, was denn? You mean the serial disappearance of young women cases? That's right. These stories are the talk of the town right now. And it's probably the most mysterious case we've ever seen. Okay. I'm the first with the draft ready to publish when the case is finally cracked. And it's the headline story in the Steambird. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearance of young women case? Yeah, I'm sure you're sure. And the call for hasn't been found? It seems so. That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since after a period of time another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age and that they've all vanished without a trace. Okay. But the scariest part is that to this day none of the girls have ever been found. Huh. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case. But shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way I believe that every case has some precise truth behind it waiting to be exposed. Hmm. Yes, I agree. And at the very least the family of those missing girls deserves some sort of explanation. Huh. Yeah. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I pay any price to get her back and then find a way to track down the culprit. Hmm. Please don't imagine that, Lynny. Hey, we're almost there, look! Gerne. Oh, wie cool! Oh, das sieht super aus. Boah, Alter. Die ganzen Gewässer, Alter. Das wird schön zum erkunden. Boah. Alter. Definitiv einer der schönsten Städte. Oh. Hahaha. Da ist kurz mein Dings gebockt. Alter. Dann wären wir angekommen in Fontaine. Oh, je, je, je. Oh, ja, das war mit 50, was einmal. Oh, ja, das war mit 50, was einmal. Oh, ja, das war mit 50, was einmal. Was für ein schweres Job. Immer um die ganze Zeit und alle interviewen. Ah, also, wo sollen wir jetzt gehen? Und wenn du nicht weissst, wie sollst du bei meinem Haus zuerst stoppen? Außerdem, ich habe noch immer alle Materialien, die wir collectiv haben. Okay, können wir machen. Natürlich, wir würden es nicht weiss. Diese Stadt ist so groß, ich will nicht woher beginnen. Gut, gut gesagt, Palmon, ich habe gar keiner, wo ich da anfangen soll, überhaupt. Pfui. So viel Erkundung und Stuff, also. Ich habe genug zu tun im Privaten, so wie im Stream. Das sieht wie ein Energiekerne aus. Und hier sind wir in der Stadt. Oh, wie cool. Ich würde sagen, das ist eine der modernsten Städte, die von Genshin, bzw. von Teyvat. So, Hof und Fontaine. So. Wohin? Dahin. Geht doch hin, wo die Nähe ist. Nur zu gerne. Alter. Wo sind wir überhaupt auf der Map? Wir sind hier hinten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hinten hin. Aber wenn sich der Teleporter sich relativ nah zeigt, dann habe ich Lust, denen auch dezent nachzugehen. Weißt du was? Wir lassen Kurzlehne hier stehen. Da sehen wir auch schon eine der Geschwister noch. Weil sie haben beide noch einen kleinen Bruder, glaube ich. Müsste ja ein kleiner Bruder sein. Und ja. So. Hier ist ein Teleporter. Ich glaube, es ist ein normaler Teleporter. Alter, wie die Stadt aussieht, ne? Schau euch das noch an. Hö! So. Okay, hier ist ein normaler Teleporter. Das wollte ich jetzt nicht. Wo genau ist die Satchel 7? Ich glaube, ah, da ist oben. Okay, nein, da ist kein Blatt. Okay, dann gehen wir mit der Quest weiter. So. So. Äh. Boah, wie heißt es nochmal? Eminet oder irgendwas so? Okay. Ah, Feminet. Und, voilà. Woher hat sich alle anderen gehen? Ich habe ein paar neue Freunde, die ich möchte. Oh. Sie waren nur ein Moment vorhin. Hm. Ich sehe. Okay. Everyone is getting busier now that father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Das ist der dapische Vater, wenn es so und so mit den, äh, Dings zu geben. Allow me introduce you to my little brother, Feminet. He is a phenomenal diver. Oh, okay, tauch also. Ah, hello. Nice to meet you, Pimer and Pimer, and this is a traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linet. Du scheinst eine große Familie zu haben, Linet. Ja, warum lachst du? Ah, Linet, could you come here for a moment? Was ist das? Do you have something to tell me? Alles gut, trete die beiden miteinander. Ja, mach dir ruhig. Scheint ihr irgendwas zu bedrücken. Also, dass wir so nah nix hören, das wäre schon, glaub ich, ein Wunder. Also, da flüssen sie. Okay, ich sehe. Hm, was los? Oh, das ist nichts. Wir reden nur ein bisschen. Oh, Hauswerk. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Feminet? Yes. I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. Okay. That's our Fremenet. Always quick with the underwater work. Alright, I'll take these to the workshop. So. Es fängt dann zu regnen und das war im Trailer eine Besonderheit. Das heißt, es ist nicht normal, dass es regnet in Fontaine. Hm. Es sieht aus wie der Reine. Oh, du bist richtig. Aber war es nicht klar und sonnig vorhin? Ja, das war es. Ich bin Angst, dass das hier nur so ist. Es regnet oft auf Tage, wo es Tests gibt, die in der Oberhausen geschlossen werden. Aber keine Angst, es wird bald genug zu werden. Was ist passiert, Feminet? Es gibt eine Geschichte über die Reine, die ich in der Vergangenheit glaubte. Sie sagten, dass ein Dragen von Wasser in Fontaine geschah. Obwohl wir nicht wissen, wo der Dragen ging. Jedes Mal, wenn er webt, werden die Schnee auf die Reine verbrechen. Wenn ich ein Kind war, meine Mutter meinte, dass ich, wenn ich außerhalb und spielen wollte, würde ich auf den Schnee auf den Topen meiner Lungen schreien. Was? Hydro Dragon. Hydro Dragon. Don't cry. Ein weiterer Elementarbrache wie du allein. Das ist wahr. Oh, nein. Ah! Hydro Dragon, don't cry! Ich bin zu zweifel, dass es klappt. Hm? Hm? Hm. 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 Ich weiß nicht, ob du das Konzept von Romantizismus entstanden hast. Oder es könnte zumindest zusammen spielen. Ha! Entschuldigung. Es könnte sein, weil wir den Hydro Dragon nicht kennengelernt haben. Vielleicht kann es nicht von den Wörtern von Strangern sein. Nein, vielleicht ist das der Weekly Bus. Nein, ich glaube nicht. Nach einiger Zeitung hört der Regen schließlich auf. Okay. Und es ist jetzt schon Abend. Hm. Es regnet länger, als ich erwähnte. Oh. Es ist schon lecker. War es etwas, was du tun musst, Linie? Ja. Einige Präparationen für das Show in der Operhaus. Okay. Okay. Okay, wir treffen uns bei der Aufführung. Oh, äh... Are you leaving now? What is it, Fremenet? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Maybe we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremenet can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. Fremenet has always been a little afraid of her. Okay. Oh, don't worry. We're on the case. Yep. We're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need, no need. This will be a walk in the park for us. Okay. Dann bringen wir mal das zu der Beaumontwerkstatt, mein Gott. Französisch und ich sind wieso nicht gut verbunden, also... Ja. Das hier wird fantastisch. Ja, das war ein schlechter, wie es euch weiß. So, ist das ein einfach normaler NPC oder das ist ein Charakter, den wir später pullen? können. Nein, das ist auch ein normaler NPC. Hallo? Ist jemand hier? Da ist sie, wie es scheint. Oh, hallo. Neue Kunden? Wir schauen, um zu kaufen. Was brauchen Sie? Oder vielleicht haben Sie nur einen Chat mit mir. Oh, nein. Wir sind hier, um etwas Materialien herzustellen. Hier sind sie. Sie sind... Zaubertaschen? Ah, diese müssen von Magic Pockets sein. Ich kann es nur mit einem Chat mit mir. Ich kann es sofort sagen. Ich habe jetzt schon mehrere Arten bekommen. Müssen wir sie betalen? Nein, keine Chance. Sie haben bereits mehrere Arten bezahlt. Als sie mir gesagt haben, was sie dafür benutzen würden, habe ich ihnen sogar einen Discount gegeben. Ah, naja dann. Sie haben uns gebeten, die vollen Arten zu bezahlen. Sie sagten, dass ich ein Geschäft habe. Es scheint, dass beide ihre Herzen und ihre Pockets aus Gold sind. Huh. Also... Ist Linie tatsächlich aufgeladen? Vielleicht. Ich kann es nicht sicher sagen. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es gute Geld, um eine Magistin in Fontaine zu sein. Hey! Ist diese Maschine, die Sie hier verwendet haben, um Dinge zu machen? Das sieht wirklich aus. Warum benutzen Sie Ihre Hand, wenn eine Maschine das Arbeit machen kann? Es wäre ein Wachstum, nicht die letzte Technologie zu nutzen. Und Wachstum ist eine Art von Krieg. Aber... Woher hat eine große Maschine wie diese ihre Kraft ausgetauscht? Oh, naja... Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin nicht sicher, dass ich es in Lehmanns-Terms für Sie verwendet habe. Aber grundsätzlich... Alles, was wir hier in der Stadt benutzen, ist von Indemidium. Es ist ein Typ von Energie, die von TRIALs produziert wurde. Huh? Wie können TRIALs produzieren? Wauw, ich bin nicht sicher, dass ich mich selbst nicht sicher bin. Aber grundsätzlich... Wenn der TRIAL ist in Fassung, die Oratrice-Mechaniker Analyse-Kardinal verwendet Menschen's Glauben in Dessertum, und sie verwendet sich in Energie, um alle um die Fontaine zu verwendet werden. Und das ist die andere Funktion? Hm... Huh. Aber... TRIALs hat es noch nicht verwendet. Wie könnte etwas Unreliable wie Menschen's Glauben werden in eine stabile Kraft für diese Maschinen? Oh, ja! Das bedeutet, dass der Hydro-Archon auf die Maschine um die Energie, die von Glauben erzeugt werden, und sie um Kraft für alle von Fontaine, richtig? Hm... Es klingt, wie es Sinn macht. Ja, das ist wahr. Besonders in dem Medium haben wir ein anderes Typ von Energie, die genannt wurde Mumusia. Es wurde nicht durch die Kraft des Archons produziert, aber es ist in der Natur nicht stabil. Selbst jetzt kann es noch nicht von Zivilisten benutzt werden. Ich dachte, ich würde dich schwer zu arbeiten finden, aber hier sind wir im Tag abgehauen. Seitdem du schon sprachst, ich bin sicher, dass du keine Angst hast. Das ist mir... Oh, okay. Huh? Hugh... Es klingt, dass das Geschäft nicht so groß ist für den Arbeitsmarkt. Wir haben bereits unser Job und die Materialien geliefert. Vielleicht ist es jetzt eine gute Zeit, um zu verlassen? Hey, warte mal! Wenn du dich umhörst, um Geld zu holen, wirst du deine eigenen Schulden erstellen? Wenn Confrary von Cabriere von Nordland Banken von Nordland, dann ist das okay. Aber ich glaube, dass du den Banken immer noch einen heftigen Sonntag. Warte mal, warte mal, dass wir alles zwischen uns erst arbeiten, bevor du deine kleine Gespräche hier zurückkommst. Ah, du bist aus Nordland Bank. Aber wir haben gesagt, dass wir alles, was wir nächsten Monat verdienen. Warum hast du mich jetzt? Oh, Traveller! Paimon! Ich dachte nicht, ich würde dich hier in Fontaine gehen. Was ist die Chance? Du bist auch! Was machst du hier in Fontaine? Du willst nicht in Fontaine bleiben? Wir scheinen heute auf viele Freunde zu treffen. Jetzt stimme ich dir zu! Haha, lange Geschichte kurz. Ich habe bereits in Fontaine schon ein paar Zeit gewesen. Und ehrlich gesagt, Dinge waren ziemlich komisch. Aber es scheint, dass Gott uns heute zusammengebracht hat. Nicht nur, dass ich jetzt einige gute Freunde haben, aber diejenigen, die immer Probleme finden. In irgendeiner Weise, es scheint, es scheint, Dinge werden jetzt viel interessanter werden. Ja, gib ich dir recht. Ich bin sicher, dass du nichts findest. Außerdem, unsere Reise hier ist ziemlich gut so weit, richtig, Traveller? Von stürmischen Gewässern haben wir erstmal genug. Hey, du, Nordländische Banker, hast du etwas vergessen? Keine Entschuldigung. Es ist nicht oft, dass ich den Traveller so weit Warum wirst du mich da oben für einen Moment warten? Du schuldigst? Bist du nicht derjenige, für uns? Du erwartet wirklich, uns zu sitzen und schuldigst du unsere Beine während du mit deinen Freunden hast? Hör auf mich, Junge. Wenn du deine Mora möchtest, gut, dann kommst du dich und gehst. Hey, ich habe gerade gesagt, nicht zu verabschieden. Oh, vor allem, Traveller, die letzte Mal, ich habe Tonja und Tusser bei Tusser gesagt, Hey, das ist weit über die Linie. Alles klar, Leute, wir schauen, wer hat sich jetzt zu bezahlen. Uh, kannst du zumindest einen Satz machen? Okay, doch, die Bank hat mir gesagt, nicht zu knackern mit unseren Klienten. Du bist derjenige, die es angefangen haben. Das ist ein Akt der Selbstversorgung. Ihr zwei müssen meine witnesses sein, okay? Ich bin sicher, dass es lange dauert. Nein, ich glaube auch nicht. Kämpfe jetzt als- Ja, ich hab schon gedacht, dass wir alles was gesagt haben ja spielen. Taatatat Jaa de業ade da 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 Durchs Was ist dein Problem, Brad? Wie bist du so stark, wenn du nur ein Stabler aus der Snezhnaya-Northland-Bankst? Warte, sag mir nicht, du bist... Oh, jetzt hast du es. Es ist ein bisschen late, nicht wahr? Nur sicher, dass du verstehst, dass du nicht mit der Snezhnaya-Northland-Bankst. Entschuldigt? Was war das denn gerade? Was war das? Ne, noch immer nicht. Boah, Alter! Was war gerade mit der Vision los? Was ist gerade passiert? Ich bin nicht sicher. Es ist so, dass ich mich plötzlich auf meine Hydro-Bankst, wenn ich sie brauchte. Vielleicht gibt es etwas falsch mit meiner Vision? Das stimmt. Wie kann das passieren? Das war das erste Mal, dass ich jemanden von ihrer Vision verholt habe, dass jemand eine Vision verholt hat. Es ist egal. Es ist egal. Wenn ich mich zu bleiben, würde ich nicht zu viel auf meine Vision. Außerdem, ich habe immer meine Erachtung, wenn ich sie brauchte. Du solltest es besser nicht so aufwenden. Ja, weil es halb dir extrem viel Lebensenergie gibt. So, was machst du in Fontaine, Kind? Ich sehe nicht, dass es für Nordland-Bank funktioniert. Na, ich glaube, es ist, weil ich in einem schlechten Mood schon seitdem bin. Huh? Welchen Grund ist das? Warte, seit wann fühlst du nichts über alles? Oh, Päumon. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich noch viel zu lernen über mich selbst. Aber letztendlich... Es scheint, dass es eine Art restloser Kraft in mir gibt. Und ich weiß nicht, warum... ...aber ich fühle mich jedes Mal in einem schrecklichen Mood. Vielleicht verlierst du die Kontrolle von der Vision gerade jetzt. Es ist mit der Kraft, die du in mir fühlst. Ja, habe ich auch das Gefühl. Weißt du, woher sie kommt? Ja, das kennt man, wenn man historisch kennt. Ich habe alle meine Behörden. Der, der mich unter ihren Fingern und mir lernen, war die Nämung Skirk. Sie waren immer so sehr schief und sehr mysteriös. Niemand wusste, wo sie kam oder was sie durchgekommen war. Sie war immer sehr streng, wenn sie mir kongletzten ingenierungen. Eine Woche, habe ich sie gefragt, warum sie mich als eine Ausbilderin kam. Aus dem ich sie von ihrer Antwort gemacht habe, war... ...因为 ich erinnern mich. Ja, da ist die Frage, ne? Der wäre? Ich fühlte mich, dass ich nicht schlafen konnte. Eine Wälder? Oh, das fühlt sich sehr kennengelernt! Als wir gegen dich kämpften, hast du einen großen Wälder, der sich über uns verliebt hat. Ist das der? Das ist nur eine abstrakte Form einer Wälder, die ich kreate, um meine Elemente zu benutzen. Es nimmt diese Form, weil die Szene, die ich über die Wälder träumte, immer in meinem Geist. Ich werde es nie vergessen. Hm. Also, du hast den Wälder als Inspiration für einen von deiner Wälder? Huh. Sieht ein bisschen zwischendig, der Peinemann. Also, warum sollst du einfach deinen Meister fragen? Vielleicht weiß sie die Antwort. Hier sieht es so einfach aus. Ever since the incident that I experienced there, I stopped searching for Meister Skirk and that unknown of this. But it's been years now and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Huh. Oh. It sounds like some kind of ghost story. Yeah. Yeah. I'm out of Leeds at this point. But there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Hm. Seems the time really flies when I'm talking with you. Okay. I just remembered I have somewhere else I need to be. Okay. So why should I keep going? Good. More work for the Northland Bank? No. It's more of a personal appointment. lately I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm bored. Das passt total, yeah. Official champion duelist? You mean it's their job to duel? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. Okay. Das wird jetzt nicht noch passieren. Okay. Okay. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst case scenario is that you're simply killed in the duel. Oh, okay. Das ist natürlich auch eine Gefahr. From what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Noch nicht, okay. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice and being accused. Or those who greatly valued their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Oh, it was so late for so long as I got to Fontaine. Probably the one I mean today. Horen is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for you. Oh, before I forget, I want you to have this. What? What? Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Okay. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Okay. Someone knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Wahrscheinlich. Whatever gave you that idea. I'll be in touch later. Okay. Ha! That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Hmm. Muss aber nix heißen. Seems we don't have much to do for now. We might as well walk around and see the city before Lenny's performing. Yeah. What could we do? I'll be in touch with Paimon, your enthusiastic travel guide, around the whole town of Fontaine. So. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! That's not so loud, Paimon. Sorry. Paimon was just surprised. That's all. Hmm. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Weißt du mal, wie lange wir hier schon, äh rumlungern? The Hoon and Fontaine have a lot of different novels you see from your publishing house. Both have their merits, but I think this style of novels are more, well, novels. Huh. It's so exciting to read the moment when the mystery is uncovered, especially in the one time we were just reading. You should have a copy and read it too. Oh, sorry about that. I will be careful next time. Uh, hey. Should we go to the opera house to see Linys' performance soon? It's almost time for the show to start, so we should go. Okay. Well, let's go. Okay. So, let's go to the Aquabazine. Well, the next time we go. Okay. So, let's go to the Aquabazine. So, let's go. gespannt aber ja dank fürs zuschauen wir uns beim nächsten mal